So, aber jetzt hier. Wo sind wir? Was muss rein? Warum sind wir eigentlich hier? Ich baue die Uhr. Achso, okay. Dann müssen wir rüber. Aber ich habe keinen Schlüssel. Ich auch nicht. Das ist offen. Das ist offen. Ja, das denke ich auch. Nee, aber das letzte Mal war zu. Hab ich gesehen. Gut, Schrauben. Die brauche ich. Leer. Geil. Naja, gut. Wieder zurück, oder? Ja. Gucken wir mal schnell hier nach meinen USB-Sticks. Gut so nach meinem. Und nach Schlüsseln. Ja. Und wenn einer eine andere Waffe findet, wäre ich auch dankbar. Ich habe irgendwie eine Seiger mit Einzelschuss. Achso. Naja. War jetzt nicht die beste Wahl. Was war denn das? Die rennen hinten drauf. Wie du Schiff. Achso. Ich gehe ran. Wo ist er? In der Mitte. Ja. Alter, ich habe meinen USB-Stick. Leck mich am Arsch. Ich muss raus. Ja. Okay. Scheiße. Egal. Komm. Also, geil, aber wie... Ja, das nützt nichts. Den kriege ich doch niemals heil raus. Doch. Wir gehen jetzt raus. Dann gehen wir halt nochmal rein. Raus ist ja drüben auf der anderen Seite. Ich weiß. ZBL. Was schießt er gerade hier? Oh. Ich bin tot. Skev? Ja, ja, klar. Was sonst, Alter? Und wie krass, Alter. Ich ziele auf ihn. Wie sehen wir seinen Kopf haben? Schieß einmal, schieß zweimal. Direkt tot. Ich hab's gesehen. Kopf, Oberseite, Kiefer. Direkt. Also, ich hab gesehen, wie sein Mündungsfeuer hab ich gesehen. Du warst hinten am Truck-Mausführer. An der Bush-Haltestelle ist der Fly-E. Hier braucht's bei mir nix. Ja. Außer das Headset bei mir. In einer Zeit hat das irgendwo Buschmeißen. Ne, ich kann's gar nicht. Ich hab keinen Rucksack. Ne, ne, ist okay. Das ist auch nicht möglich. Ich mach's auch nicht möglich. Ich mach's auch nicht möglich. Ich mach's schon mal scheiße. Alter, ich bin tot. Na? Ich hab hier ein ganzes Magazin rein. Habe ich den geklafen? Alter, jetzt hab ich natürlich... Das ist doch nicht normal. Oh, ich hab hier noch eins zu Feuer drin. Mit einer Hand doch? Aber ich hab den gleichen Schädel... Mein, mein, mein... Scheiß dick, du Assi! Ey, Zemlach! Wir sterben nicht. Wir sterben nicht. Wir sterben nicht. Wir sterben nicht. Der lacht. Da wei, machi! Ja, ja, hab doch klar. Egal. Lass uns leise sein. Der muss ja raus. Ich hab zur Not um eine Heilung einstecken. Wie geil hier. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht vorgeschissen. Boah, jetzt hab ich es nicht mal geschafft, dein Headset wegzuschmeißen. Ich hab Platz gemacht gerade, aber... Egal, egal. Da war schon ein Scaff hinter mir, Alter. Da war wieder... Ich hab wieder Einzelfeuer... Da hab ich auch direkt in den Schädel geschossen. Das war... Warte. Mein Arsch geht auf Grundeis. Ja, jetzt hast du auch die Arschleife zu meiner Leine. Einmal Gläbelkarten. 305 macht Schaden. Hartsch hat dieser Schaden durch Rüstung. 321. Ja, ja. Ich hab eine Rüstung angehabt. Ja. Eine Schlick oder was? Ja. Würde ich sagen. Ah. Junge. Das Spiel macht mich fertig. Der Auge ist hingedrückt. Danke. Du musst das schaffen. Ah. Hier ist doch schon ganz Scaff vor mir. Scheiße. Ja. Oben bestimmt an der Pommesboden. Ne. Die kommen auch hier runter. Achso. Ja, ja. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ja, wirst du das Auto da? Come on. Magie. Oh, da quark da oben rum irgendwas. Ja. Da oben einer am Hexenhügel sitzt. Ah. Hm. 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 Ich kann noch nicht mal mit dem Auto... Ah. Hm. Ach komm mal, Alter. Leck mich doch am Arsch. Ich bin tot. Ach. Du bist tot. Ach nein. Ach nein. Ich bin tot. Komm. Oh Mann. Komm. Läck mich doch am Arsch. Diese Hunde, Alter. Wo sitzen denn diese Bastarde denn die ganze Zeit, Alter? Na ja. Wollen wir ein User-Camp oder was? Ne. Was habt ihr gesagt? Also ich brauche einmal das User-Camp und den... Ach so, ja. Nathan. Vorwärts. Hassi Ding kommt noch da nur her. Ja, es muss aber keiner hinkommen. Er ist schon dort hinten, Alter. Das kann ich auch nicht leiden. Es ist wie an der Kiste. Einer rennt zur Kiste, drei anderen rennen mit an die Kiste. Deine Ansage war, na komm. Ja, das stimmt. Wir wollten das nicht haben. Wir wollten gucken, was da liegt. Das ist gar nicht, wenn ich schon da bin. Ach, du warst das. Das war Bleispender. Oh, habe ich genug. Ach, ich bin jetzt schon wieder schlecht gelaunt. Ach, ähm. Bis einmal diesen scheiß USB-Stick. Sonst wäre es ja einfach. Du hast ihn bestimmt schon alle, oder? Nee, ich brauche auch noch. Erstmal einen noch. Für die erste oder für die... Für die erste. Ach so. Da siehst du, ich habe noch nicht mal einen. Das mache ich als Gästern irgendwann. Können wir so kotzen. Ja, das ist ärgerlich, klar. Vor allen Dingen so bekloppt, Alter. So was Dummes. So ein sinnloser Tod, ja. Vor allen Dingen so, auch wieder aus heiterem Himmel, Alter. So unerklärlich. Nicht während des Laufens irgendwie erschossen. Nee, du liegst eine Weile. Und aus heiterem Himmel kommt dann einer und knallt. Von irgendwo her. Nach gefühlt fünf Minuten liegen. Sein Radar hat gesagt, da ist ein USB-Stick. Ja, aber den kriegt er ja nicht, das Arschlo. Aber mir wollte er wahrscheinlich auch nicht gönnen. Oh, da vorne läuft einer. Da läuft schon ein anderer. Ein Hang-Hun. Ein Hang-Hun, geil. Also das ist schon einer oben, Leute. Also. Ja, hier. All IMs. Okay. Okay. All IMs. Das ist die Führung. Ja, ganzes Magazin. Ich habe mich gehabt, was. Danke, danke, Blei. Das war eine gute Aktion. Alter, meine Laune steigt schlagartig. Aber der hat ordentlich geschluckt. Ich habe den zwei Magazin reingepresst, Alter. So unter 18 Jahren habe ich ihn geholfen. Versuch noch, meine Mutter wegzuwerfen. Junge, Junge, Junge. Geil, Stir-Up ist fertig, wenigstens was. Einfach geht das nämlich. Ey, das war, alleine glaube ich nicht geschafft, du. Der hat keinen Schenk gefluckt, also gut ab. Nicht normal. Ich muss ihn erstmal zusammenflicken. Oh, verbar. Alter, jetzt habe ich aber ihr Vollgas gegeben. Ich dachte, wir kommen jetzt alles rein hier. Alles oder nichts, ja. Junge, 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 Junge. Das hat gepasst. Das hat richtig gut gepasst. Der war in der Zange. Der war abgelenkt. Idiot. Idiot, er kann nichts. Das arme Schwein, er kann noch nichts dafür. Er war völlig okay, Mann. Er lief ja rum und hat seinen Job gemacht. Aber er hat auch nicht. Willst du mal gucken, was er hat da, du? Pistole. Hat er? Nein, 18. Ja, ja. Achso. Irgendeine Pistole hat er gehabt. Ne, ja, eine Pistole hat er, stimmt, du hast recht. Und eine VPO. Mir hat er ein bisschen Pistole in den Kopf. Ja, gut, hat er auch keinen Helm. Oh, ja, hat er direkt in die Fresse geschossen. Nordi, hier willst du schon so eine PM mitnehmen? Und er hat auch so eine Pistole von so einem Makarov. Ja, 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 ja. Auch hier noch so eine, ist das eine Vierer schon oder ist das eine Dreier? Level 15 ist doch gut. Ah, das ist eine Vierer, genau. Der hat ja auch noch eine Vierer Bodyarmor, wenn du mitnehmen möchtest. Ja, wo bist du denn? Wo war der denn? Hier hinten. Ey, ein Maßband. Nordi, ein Maßband. Ja, wo bist du denn? Echt, nee. Warte, ich pack's dir rein. Ist er hier der Tote, oder? Ja, ja. Ich lieg daneben. Da mit der Mosin bin ich. So, hier nimm. Das ist eine Weste, kannst du schon mal. Guter Mann. Wieso schlepp ich hinten hier ein Machine-Rekie mit rein, ich Idiot. Das ist cool, du kannst dich ja gerne nehmen als secondäre Waffe. Das ist nett von dir, danke. Ach, hier war Blei. Ah, krass. Ja, ja, ich war direkt hinter ihm eigentlich. Sonst brauchst du nix. Rüstung lasse ich alles liegen, ja? Mosin schmeiß ich gleich weg. Wo läufst du denn hin? Ähm, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz hier... Ja, wir sind fertig, ne? Ja, jetzt nochmal hier hinten hingeschmissen. Hier hinten kommt kaum jemand hin, hier hinten ins Gebüsch. Ja, ja, ich mach hier, wo du bist, ne? Ja, da, hier rechts von mir, dahinter im Felsen. Da guckt, glaube ich, keiner hin. Höchstens jemand im Stream guckt zu, der weiß jetzt, und ist mit unserem Reit. Ja, ja. Okay, jetzt müssen wir noch zu dem anderen... Ist das das jetzt schon gewesen, das U-Sack-Lader? Äh, hat's schon Kling gemacht? Dann musst du mal gucken an deine Quest. Muss für den selten. Na, eigentlich müsstest du hier schon Kling machen. Nein, hier vorne schon, reicht doch. Du bist ja schon mit dem Hau. Nee, hier hat das nicht Kling gemacht. Dann guck mal an deine Quest. Das reicht, wenn du hier vorne an diesem Netz bist. Eigentlich hier, zack, bam, dann geht das Klingen und dann... Oder manchmal auch nicht. Aber der Haken muss dran sein. Locker, mindestens... Locker, 100 pro ist der Haken dran. Eigentlich, ja. Spätestens habe ich im Auto hier. Ich musste immer bis zum Auto. Theoretisch reicht das. Hier ist eine Bulle Wodka, kannst du rausnehmen. Ja, Matze, verspäht den Alkohol. Naja, ich lasse es für Morty, weil er Kohle braucht. Mhm, ja. Oh, aber geil. Ich habe meinen bis zum Kling hingekriegt. Dank euch. So muss es sein. Blei, ganzer Einsatzmann. Wir müssen dir auch mal ein gutes tun. Ich muss mal kurz Ausdauer tanken. Geht nicht mehr am Laufen? Nein. Einfach vorbeirennen. Ja, lootet mal. Ja, klar. Ich brauche doch alles. Ja, du brauchst aber die Quest. Muss man nicht survive, oder? Ja, doch. Ja? Ja, klar. Sonst musst du alles nochmal machen. Okay, dann lass uns raus. Er will ja schließlich einen Bericht haben. Wenn du Tod und Ekeligs kriegst, kriegst er nicht. Naja, stimmt. Bei dem war das so, ja. Geld habe ich aber nicht mit, ne? Ich habe was für dich mit. Ja. Also praktisch das, was du mir gegeben hast. Das war ich nicht. Ja. Ach nee, das war ja Blei. Blei, Mann. Stimmt. Wir nehmen ihn einfach aus. Blei ist heute in Geberlaune. Wo du schlechte Laune kriegst. Die ist jetzt wieder besser. Die war ja schon da, aber es ist ja wieder. Sehr gut. Oh, das ist es, gell? Die ist wieder besser geworden. Dank, dass ich jetzt die Mission fertig habe. Nee, aber bei sowas, weißt du, kein Kampf, kein Nichts, du liegst und bist tot. Gut, also das ist mir, da könnte ich jedes Mal Kotzkränke kriegen. Und wie, halt diese Frage immer, wie, warum, wie, warum jetzt, warum nach einer Minute und nicht gleich. Ich brauche noch mehr Geld. Was? Sechstausend, weil ich, ach, ja, sechstausend noch was. Nee, mehr habe ich nicht. Okay. Wegen der Kammer. Ja. Ach, die Kacke. Der Weihnachtsmann, Mütter, ja. Gut, dann müssen wir noch so ein Rot. Na ja, dann tschüssi Auto. Ich kann es da raus, wenn du... Du findest es doch wieder nicht. Ja. Einmal geradeaus hier, immer weiter, immer weiter. Einmal rum, wie gerade. Ja, ich komme. Oder nicht. Alter Schwede. Sechstausend. Fünftausend. Sechstausend noch was, ne? Also noch nicht mal glatt, sechstausend. Ist leer, das ist. Kiste? Hast du ja nicht gesehen. Die habe ich nicht. Die ist aber leer, die ist aber leer. Wir haben nur sehr schnell geöffnet. Geöffnet gesehen, dass ein Hammer drin liegt und der war draußen. Hör mal auf, ich habe diesen blöden Hammer auch schon wieder vergessen, Mann. Den brauche ich auch noch. Halt es ja kurz. Den haben wir noch nicht mal gesehen. Wie war der? Vier mal zwei, war das? Ja, ist auf jeden Fall groß. Ich weiß es nicht. Ich dachte, fünf mal zwei, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Anfäng people. Ich weiß es nicht.